Aus der Tatsache, dass in mathematischen Gleichungen die Moral nicht auftaucht, kann ich doch nicht schließen, dass es keine Moral gibt. Ja, aber es tauchen auch keine Schuhbänder auf in mathematischen Gleichungen. Man könnte das Material beschreiben. Das Material, aus dem die Schuhbänder bestehen, kann man zumindest mathematisch beschreiben. Aber es geht noch weiter. Aus der Tatsache, dass in der Physik die Farben nicht auftauchen. Ja, oh. Also die Qualia, die sogenannten. Oh, die Quellerei mit der Qualia. Die tauchen ja nirgendwo auf. Folgt ja nicht, dass es die nicht gibt. Und also deswegen, man kann im Hirn rumstochern, man findet Blau nirgends. Rot oder Rot oder Gelb oder was auch immer. Insofern, und dann kann man aber nicht sagen, ja deswegen gibt es das nicht. Ja, ja, also so schwammig gefasste Behauptungen sind ja von außen ganz schwer zu widerlegen. Die sind ja von außen zu belegen. Also wenn es irgendwas gibt, wo man sagt, und das kann nur Gott gewesen sein. Das geht. Aber von innen kann man das sehr wohl attackieren. Also wenn man sich zum Beispiel, ist man vorausgesetzt, die Bibel ist tatsächlich das, was behauptet wird, das Wort Gottes. Und da gibt es die zehn Gebote. Und das erste Gebot lautet ja, du sollst keine Götter haben neben mir. Das ist jetzt, einmal wird geglaubt, abgenickt und man sagt, gut, nur für einen Gott mit monotheistischem Anspruch ist es schon ein bisschen dünn. Weil das ist eine Forderung, wie du sollst kein drittes Knie haben. Nein, also wenn es nur einen Gott gibt, muss er das von mir nicht fordern. Oder aber, er weiß, es gibt sehr wohl andere Götter und verlangt jetzt von mir, dass ich nämlich wem vorlüge, es gibt nur einen. Das ist zumindest moralisch hochgradig fragwürdig. Also dass beim ersten Gebot eine Lüge von mir gefordert wird. Oder die dritte Möglichkeit, Gott ist man nicht per Existenz, sondern indem man dazu gemacht wird.